Und am Weltkindertag haben Kinder und Kripsmacher ihren 40. Geburtstag am Hansaplatz gefeiert. Von der Bühne ins Foyer, das sich so langsam aber sich erfüllt, denn um 19.30 Uhr geht es los. Die Gäste treffen ein. Darf ich Sie ganz kurz fragen, warum sind Sie heute Abend ausgerechnet hierher gekommen? Ja, warum sind wir ausgerechnet hierher gekommen? Wir sind eine Schulklasse aus Tönning, das liegt zwischen Huse und St. Peter-Ording. Und wir haben schon vor langer, langer Zeit geplant, einen Ausflug ins Krips-Theater zu machen. Wir sind hier auf Klassenfahrt und hätten gern auch, so wie ich das schon häufig mit anderen Schulklassen erlebt hätte, eine in Anführungszeichen richtige Theaterveranstaltung gesehen, denn unsere Jugendlichen waren stets sehr begeistert davon. Aber der Termin bot eben heute diese Show, die wir heute sehen mit den verschiedenen Acts. Und wir sind ganz gespannt. Also eine richtig weite Anreise und es wird sich lohnen, seien Sie ganz, ganz sicher. Das Krips-Theater ist Berlin und es ist auch ein gutes Stück Hansa-Kiez.